ja ich glaube das war jetzt eigentlich gar nicht so vorgesehen ich fahre die b9 hoch hier direkt am rhein von woringen aus nach norden ich bin ein bisschen von der route abgekommen weil ich hier durch dieses werk auf der linken seite nicht durchfahren konnte aber das macht gar nichts ich finde hier gar nicht so schlecht direkt am rhein lang hier rechts da rein mit anlagen und einem schiff ich hoffe das sieht man alles gut ja macht spaß das muss ja mal gucken kann sich rüber kommen aber da drüben müssen ziemlich guter radweg so 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 so